Herzlich willkommen zur Talk24 am 20. Mai. Grippeimpfungen in Apotheken werden aus Modellvorhaben in die Regelversorgung überführt. Das hat der Bundestag am Donnerstagabend zusammen mit dem Pflegebonusgesetz beschlossen. ApothekerInnen müssen geschult sein und zum festen Personal der Apotheke gehören. Die Sanacorp will von den Apotheken einen dynamischen Energiekostenbeitrag kassieren. Die gestaffelte Gebühr soll sich dem Vernehmen nach ab August an dem jeweils aktuellen Dieselpreis orientieren. Damit geben nunmehr alle großen Großhändler die gestiegenen Energiekosten an die Apotheken weiter. Beim Großhändler AIP gibt es nach Informationen von ApothekerTalk gleich drei prominente Abgänge in der Unternehmensspitze. IT-Leiter Marc Henninger, Einkaufschef Daniel Becker und Vertriebschef Björn Schmidt gehen von Bord. Binnen eines Jahres hatten bereits die Geschäftsführer Jens Grefe und Tobias Zimmermann das Unternehmen verlassen. Das ARD-Magazin Kontraste hat mit versteckter Kamera überprüft, ob Apotheken auch bei schwerwiegenden Erkrankungen homöopathische Mittel empfehlen. Die AutorInnen haben außerdem heimlich bei einer Fortbildungsveranstaltung einer Landesapothekerkammer teilgenommen und den Präsidenten der Bundesapothekerkammer zur Rede gestellt. Bei der Einführung pharmazeutischer Dienstleistungen in Apotheken geht es langsam voran. Zwar wurde gestern beim Schiedsverfahren ein Ergebnis erzielt. Die Details werden aber noch nicht verraten. Bekannt ist, dass die Medikationsanalyse ein Bestandteil sein soll. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Montag wieder.